Liebe Genossinnen und Genossen, herzlichen Glückwunsch zu 125 Jahre SPD-Ortsverein in Attendor. Eigentlich braucht man ja als Sozialdemokrat im Schwarzen Kreis Eupe sowas wie das Asterix-Gen. Die kleinen Gallier umgeben von den vielen Römern. Keine Chance, aber die ständig nutzend. Dass das gelingt, hat Christian Postbeschwiel jetzt schon zum zweiten Mal gezeigt, zum Bürgermeister der Hansestadt Attendorn gewählt zu werden. Und wenn wir zurückblicken vor 125 Jahren, stellt man fest, es waren auch damals die Jungen. Josef Mayworm zum Beispiel als einer der Mitbegründer, erst 19 Jahre alt zu dieser Zeit, könnte uns auch Zeichen für heute sein. Nein, darum geht es, die jungen Leute zu überzeugen und sie von unseren Idealen nach wie vor zu begeistern. Denn die Themen haben sich in den 125 Jahren ja kaum verändert. Wir nennen sie teils anders. Aber Chancengerechtigkeit, allen Menschen Teilhabe zu ermöglichen, gute Arbeit zu fairen Bedingungen und Löhnen, all das stand damals und auch heute im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Ich wünsche Ihnen und Euch, liebe Genossen in Attendorn, auch für die Zukunft dieses Asterix-Gen, das Durchhaltevermögen, immer wieder neu, möglichst viele Menschen von unseren Überzeugungen mitzugewinnen. Alles Gute dafür und hoffentlich in 25 Jahren dann gemeinsam ein Prost auf 150 Jahre SPD in Attendorn.